Nice! Äh, Seeker? Bitte, ich weiß nicht, ob er stirbt oder ob er es überlebt. Alter, was für ein Fight! Ist tot, ist tot! Gary, kommst du her? Komm her, komm her! Zurück, zurück, zurück! Home-Street-Home, Home-Street-Home! Gary! Hilfe! Ich kann mich nicht! Nein, ich war nicht in der Blaufe drin! Oh shit! Was ist das? Oh shit! Gary, das wollte ich nicht! Das wollte ich nicht! Äh! Jo, und somit wieder. Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK! Halla, hallala! Okay, wir haben in der letzten Folge diese zwei Spiele ausgezähmt. Ach, vorerst nochmal! Nochmal, da geht alle natürlich, die im Livestream mit dabei waren, denn... Da unten! Ähm... Ja, ich hab das hier gerade abgehört. Da unten! Da wollen wir was hinbauen. Die im Livestream wissen natürlich alle Bescheid. Ich nicht! Und dann, Gary, du musst unbedingt mitkommen. Ich bin das Ungesicht. Ich bin Ungesicht. Ja, genau, sie ist das Ungesicht. Also, wir haben die zwei hübschen Spinos. Jetzt sehen wir sie mal in voller Tracht. Ja, so nennt man das. Äh, so. Der ist... Ja, halt die Gutschen. So. Voller Pracht. In voll, voll... Ja, ist egal. So, das ist der schwarz-grün-gelbe Spino. Und dann haben wir einmal den grün-weißen Spino. So. Und gewisse Personen wissen ganz natürlich Bescheid, ne? Es ist natürlich ein Mädchen. Und die sollte einen bestimmten Namen kriegen. Und... Ja. Sie kriegt den Namen. Ich habe die Gary jetzt nicht gefragt. Gary, weißt du von... Äh, jetzt schreibe ich Namen hin. Weißt du von etwas Bescheid? Nö. Achso, was schreibe ich denn hier? So. Auf jeden Fall. Sie heißt Saskia. Wuuu. Ja. Wurde nach meinem Wasser benannt. Was ich immer trinke halt. Ne, Spaß. Das ist Saskia. Die war immer im Livestream mit dabei. Und da... Wir haben gestern auch über den Discord gesprochen. Auch mit Shiva und so weiter. Perls. Alle waren mit dabei. Justin war mit dabei. Äh, René war mit dabei. Und die Rainy. Und ja, die wissen halt ganz genau Bescheid auf meinem Discord. Falls wer noch nicht drauf ist, einfach unten in der Videobeschreibung gucken. Ist da natürlich verlinkt. Wir haben ein bisschen getalkt und... Ja. Saskia hat mich überzeugt. Das war... Das... Das war schon ganz süß so. Muss man wirklich sagen. Das sind die verrückten Kilurianer. Ja. Ja. Okay. Dann komm mit, Gary. Augen zu. Komm über die Brücke. Aber schau doch unten. Schau nach unten. Schau nach unten. Los. Warte, warte. Ich muss ja rechts, 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 rechts. Geradeaus. Dreh dich aber ein bisschen nach rechts. So. Jetzt geh geradeaus. Genau, genau, genau. Jetzt lauf einfach die Brücke entlang. Schwer. Lauf, lauf, lauf. Schnell, schnell, schnell. Nicht so langsam. Nicht so langsam. Ich komme. So, pass auf. Warte, warte, weiter, 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 weiter. Stopp. So. Und jetzt mach deine Augen auf. Ist der nicht hübsch? Ist der nur Blätter? Oh mein... Oh. Ja. Guck dir das Level an. Haben wir einen Livestream gezählt? Ja, ja. Und die im Streamshot haben gesagt, der soll Izanagi heißen. Ich weiß nicht, ob du damit einverstanden wärst. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ja, dann benenn ihn. Alles klar. Okay, okay. Leute, der heißt Izanagi, ne? Nochmal vielen Dank an Streamchat. Okay. Der heißt wirklich jetzt Izanagi? Ja. Er heißt Izanagi. Problem ist, wir können sie noch nicht reiten, ne? Weil wir noch zu low sind. Wir sind das Level 62 und das dauert halt einen ganz kleinen Ticken noch, bis wir sie reiten können. Aber ist nicht schlimm. Wir haben jetzt in dieser Folge was anderes vor. Wir werden jetzt noch einen kleinen Ticken bauen. Denn im Streamchat wurde vorgeschlagen Hafen. Ich hab eh noch vorgeschlagen, was ich halt bauen möchte für die ganzen Spinos. Und dann werden wir noch einen Hafen dran bauen. Bringt halt nicht so viel, aber es sieht halt schön aus. Wir müssen eh jetzt trinken. Ich trinke also von daher... Oh, oh, oh. Was hast du gesehen? Ich trinke an meinem Wasserback. Okay. So. Genau hier unter dieser Plattform werden wir jetzt etwas kreieren. Und eigentlich hatten wir vorgehabt in dieser Folge, den neuen Tech-Racks zu zähmen. Nein, wir haben ihn nicht mehr gefunden. Irgendwie ist er gestorben. Ähm. Vorsicht, fliegender Gary. Okay. Hey Gary, reicht das eigentlich von der Länge her? Ne, reicht nicht. Wir müssen ja weiter geradeaus. Okay. Ich muss jetzt irgendwie hier eine Plattform erschaffen. Okay. Nicht eher eine Plattform, aber... Guck mal. Reicht das von der Länge her? Ja, ne? Ja. Ja. Okay. So. Jetzt muss ich das hier kurz fertig bauen und dann seht ihr weiter, was ich noch bauen möchte. So. Die letzten werden drangebaut. Es ist fertig. Okay. Das wird jetzt ein Bereich für die Spinos sein. Ist eigentlich genug, oder? Von der Länge her. Alala. Alala. So. Ich komme jetzt natürlich nicht rauf. Ähm. Ich musste aber eben gerade drauf gehen, wegen meiner Stamina. So. Und die Lösung haben wir hier parat. Ähm. Ich habe jetzt nicht genug Rampen gebaut. Oder eher gesagt Treppen. Aber ich denke nur, so kann man es lassen, oder Gary? Ja. So. So wollte ich es jetzt hin haben. Und ihr seht, ich habe natürlich wieder nicht genug gebaut. So. Die können jetzt hier halt ganz normal hochgehen. Problem ist jetzt aber, was für ein Tor baue ich hier? Weil, die müssen ja irgendwie rauskommen. Und da dachte ich mir... Warte mal. Immer mit einem Behemoth-Gate müsste das eigentlich funktionieren. Aber es sieht dann scheiße aus. Ja. Weil... Passt auf. Ich habe ja noch etwas. Es ist noch nicht vorbei. Passt auf. Das tauschen wir hier. Du kleine Ekelige. So. Und das dachte ich mir. Das bauen wir. Das bauen wir. So. Gary, hier ist ein Fisch. Wir haben einen Fisch gefangen, Leute. Ja. Wir sind die Fischfänger. Fischfänger. Okay. So. Und dann dachte ich mir... Gary, was sagst du dazu? Sieht auf jeden Fall gut aus. Kannst du hier keinen hinbauen? Man könnte es jetzt natürlich auch so machen, ne? Aber aus Holz geht es eigentlich. Da willst du euch auch einen hinbauen? Ja, guck mal. Sieht da so aus. Ja, super. Okay. Da brauche ich jetzt aber oben keinen hinzusetzen. Kann man nicht noch andere Farbe machen? Äh, probier aus. Probier aus. Ich weiß es halt nicht. So. Und da dachte ich mir, dass wir das jetzt wirklich so lassen, ne? Es sieht ja eigentlich schon ganz nice aus. So. Das wird jetzt aber nur an der Seite geschehen. So soll es jetzt nicht geschehen. Und, äh, den Rest, wie gesagt, vorne, I don't know. Aber ich denke mal, das kann man so lassen, ne? Es wird schon schön aussehen. Man kann ja vielleicht da drüber noch irgendwie ein Pavillon machen. Aber, wie gesagt, ich bin mir halt noch nicht sicher. Ich weiß nicht, wie groß die... Gary, wir können schon mal einen Spino herholen. Warte, ich baue hier noch kurz zu Ende und dann holen wir zwei, drei Spinos. Holen wir alle her. Okay. Okay. So, Leute. Das wäre auch schon mal erledigt. Okay. Die Gary hat das da drüben wieder verändert. Zu Holz natürlich. So. Und hier. Na, bist du jetzt auch runterge... Ja, 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 ja. Bist wohl daneben gesprungen. Der war ganz leicht so. So. Und hier habe ich mir jetzt auch gedacht, äh, bevor hier etwas... Es regnet schon wieder. Ernsthaft? Ach Mensch, äh, haben wir ein Glück. Ja, aber was für ein... Äh, Gary, du, du... Ich wollte gucken. Ach ja, Leute, hier, Waterbug. Mhm. Mhm. Wir gehen gleich rüber. Der muss gleich kämpfen. Nein! Aber vorerst... Doch, doch, doch. Leute, er muss es. Ähm. Du, kommst hier nicht vorbei? Ne, pass auf. Soll nicht passieren. So. Und so. So wollen wir das jetzt einmal herum machen. Aber... Da vorne aus. Bis da vorne hin. Irgendwo bauen wir hier jetzt irgendwie so noch so eine Art kleinen Hafen. Mal. Also es soll ja halt einen Ticken schön aussehen, ne? So. Das wird jetzt kurz zu Ende gebaut. Und dann geht's weiter. Es ist vollbracht. Ähm. Zeig ich jetzt gleich. Äh, ihr seht ja selbst. Das ganze Erdbeben. Ja, das wird verursacht, indem wir, ne, die Spinus auf unsere Schulter haben. So. Und die Spinus sollen hier jetzt rein. Saskia ist schon mal die Erste, die hier einzieht. Richtig nice. Komm rein. Alter. Die sind mächtig. Komm her, meine Süßen. Warte, 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 warte. Holy shit. Okay. So, pick up. Okay, Gary. Du musst jetzt ja da weggehen. Weil da kommt jetzt der Isar nach. Kannst du mal kurz U-spam? So, warte. Warum? Warte, warte, warte. Los, los, los. Gut, 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 gut. Jetzt fehlt nur noch einer. Um den kümmerst du dich jetzt so ganz kurz. Ich hatte schon mal U dann gedrückt. Pass auf, Leute. Das reicht doch eigentlich für ein Spino, oder? Ich denke mal, das vom Gehege her geht es. Aber oben müsste irgendwas vielleicht noch passieren. Ich weiß zwar nicht was. Oh mein Gott, ich komme angeschwommen. Wo bist du denn? Ach, da ist die Gary. Okay, eigentlich müsste man das hören. Ja, okay. Hören tut man es nicht. Nein, tut man nichts. Aber man fühlt es. Take it. Okay, warte. Take it. Okay, zack. Take das riesen Wies. Hältst du die U schon mal? Ich habe den gar nicht gerufen, aber ja. Ne, 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 ne. Das ist, damit er gleich nicht geht. Weil die wollen doch immer einen Tick nach vorne gehen. So, Leute. Das sind schon mal unsere drei Spinos. Wow, ja. Eigentlich ziemlich nice. Und wie gesagt, der Skin. Wow. Wir werden halt noch einen alten zähmen. Aber dann halt spezielle Form. Und da bin ich mal gespannt, wie es ausschaut. So, Gary. Und wir müssen nach oben. Ach ja. So schaut es. Ach, ich zeige euch das mal von oben. Von der Brücke. Äh, ja. Das wird viel besser aussehen. Passt mal auf. Das wird schon von der Brücke aus schön. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Gary. Sorry. So. So schaut es jetzt aus. Falls ihr eine Idee habt, wie man... Ne, ein Dach würde gar nicht bauen. Äh, ähm. Ne, Dach würde ich nicht machen. Funktionieren. Weil schaut euch ihren Segel an. Das ist ja riesig. Dach würde ich nicht machen. Nice. Drei Spinos. Die sind wunderschön. Ja, ähm. Isanagi, Saskia, ne? Also, die werden auf jeden Fall Kinder machen. Das steht schon mal fest. Und Spino. Ähm. Und Spino natürlich. Hat noch keinen Namen. Ähm. Black Beauty. Hat du Fleisch für mich? Könnte man eigentlich nennen? Schönheit. Okay. Wir gehen jetzt weiter. Hat du Fleisch für mich? Ob ich Fleisch für dich habe? Fleisch. Ne, dann lass uns ganz kurz braten, ja? Ich hab leider nur zwei Stück. So, Leute. Wir haben uns entschieden. Wir nehmen natürlich diese zwei wunderschönen Frauen hier. Ja? Wir haben die ja noch nicht kennengelernt. Also. Mit Rechtsblick konnte die halt nur Ohrfeige schlagen. Genau. Äh. Mit X und so weiter kann sie nichts. Aber. Mit C. Und schaut mal ganz genau hin. Schaut mal. Schaut mal ganz genau hin. Habt ihr das gesehen? Es soll ja dynamisch sein, ne? Und das passt ja eigentlich. Es soll ja real sein. Wabe, 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 wabe. Das sieht so geil aus, Leute. Aber, ne? Also, ich finde, bei den Frauen haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Es ist halt so ein bisschen, äh, edgy mit dabei. Aber es ist ja real, ne? Also, von daher haben die nichts falsch gemacht. So. Und was ich in der letzten Folge vergessen hatte, ne? Das habe ich ja am Ende noch, glaube ich, gesagt. Waterbug. Ja, ja. Der muss kämpfen. Ja. Und wir sind jetzt hier auf die Suche nach kleinen Dodos. Und dagegen muss erstmal der kleine Kämpfer. Ach. Und noch eine Attacke haben die. Ähm. Keine Stamina mehr. Ja. Du hast kein Stamina mehr? Ne. Ich habe noch die Hälfte. Okay, warte mal. Wo ist jetzt, äh... Ah, da hinten ist ein dicker Frosch. Ah, pass mal auf. Ich zeige... Hier. An den Dilo zeige ich euch das. So, mit Rechtsklick konnte ich ja... Wie gesagt, ne? Also können wir hier, zack. Ah, mit Linksklick. Passt auf. Jetzt ist halt Problem. Ich kann so nicht zielen. Äh, treffen wir irgendwie? Ich treffe nicht. Hä, warte mal. Äh, treffen. Okay, wir sollten wirklich Pfeile reinschmeißen. Ich habe getroffen, Gary. Ah, ne. War es doch... War ich doch nicht. Okay, so. Mal sehen, wie stark sind die? Trank Arrows? Ja. Okay. Oh, okay. Dann kann ich nur Trank... Also kann ich Dingsen? Ja, aber wie zielt man denn, Leute? Wie zielt man? Kann das sein, dass die nur gerade ausschießen? Kann ich... Die sind nicht stark, oder? Ne, siehst du doch. Naja. Naja. Äh. Ähm. Ich wollte gerade gucken. Okay. Kamera wollte er nicht... Oh, jetzt habe ich noch offen geschlagen. Okay, man kann ihn nicht abbauen. Okay, alles da. Wo ist Dodo? Hier. Nice. Okay, warte. Steig sofort auf dein Dings drauf. Auf Nord. Ich will ihn abwerfen, aber ich stecke auf diesen etwas fest. Ja, Lettaste drücken. Spam, Spam. Spam. Und jetzt schmeiß drauf. Geh auf dein Dings drauf. Okay. Und jetzt pack ihn. So, Leute. Wer ist stärker? Ein Dodo oder ein Waterbug? Ich kann nicht anvisieren. Doch. Okay. Hast du? Nice. Okay. Er holt seinen ganzen Saft raus. Was auch... Bist du sicher, dass du irgendwas geschafft hast? Warte mal, ich mach mal. Ja. Hab ich auch gemacht? Ja, hab ich gemacht. Ähm. Gary, hol ihn. Hol ihn. Der kann nichts. Er visiert mit seinen Hintern an. Seht ihr das? Es ist wie ein Laserpointer, aber er visiert leider die falsche Richtung an. Keine Ahnung. Nehm ihn mit. Wir müssen weiter. Leute, dürfen wir präsentieren? Ein ganz seltsamer Dodo. Gary, hinterher. Ich weiß. Ich erschieße ihn. Ich weiß, was du mit dem Dodo machen kannst. Wie? Was? Wir mit dem Dodo. Was? Töte ihn. Dann weißt du, was passiert. Warum bringen die Pfeile nichts? Leute, man kann... Man kann mit... Hast du gerade geschossen, Gary? Oder was hast du gemacht? Nee, ich mach Rechtsklick. Ich drücke Rechtsklick. Okay, warte mal. Wie viel Energie hat der denn noch? Keine Ahnung. Ähm, abhauen, abhauen. Gary! Terranodon! Oh nein! Terranodon! Nein! Der kriegt mich auf jeden Fall! Mein Doppel auch schon fährt das äh... Will er angreifen? Ja. Pass auf. Das Einzige, was sie jetzt schaffen könnte, wäre... Seeker! Ähm, zack! Seeker! Let's go! Greif ihn an! Bring ihn um! Komm, komm, komm! Bring ihn! Yes! Nice! Äh, Seeker! Bitte, ich weiß nicht, ob er stirbt oder ob er es überlebt! Alter, was für ein Fight! Seeker, was ist los mit dir? Greif ihn an! Guck dir mal an, wie schnell er ist! Alter, die packen sich richtig! Die schlagen sich! Ich helfe dir kleiner! Holy Crap! Warte, ich hab noch hier einen Bumerang! Ich hab einen Bumerang! Klatsch den! Warte mal, mit Rechtsklick könnte ich schmeißen! Genau! Ähm, ich kann ihn nicht schmeißen! Und die schießen auch drauf! Ja, aber es bringt nichts! Es bringt nichts! Hä? Der Seeker macht ihn nicht down? Warte mal, wie viel Turbo? Doch, er ist gleich down! Er ist gleich down! Er macht gerade gar nichts! Er ist gleich down! Das Viech ist gleich down! Pack dir deinen Speer! Das Viech muss kurz weg! Ansonsten schaffen wir ihn nicht! Komm! Er muss weg! Ich komm nicht ran! Seeker, her komm! Okay, die hauen ab! Die hauen ab! Nice! Seeker, komm her! Komm, Migi! Migi! Komm her! Du hast gute Arbeit geleistet! Zeig mal deine Energie! Ah! Süßer! Mach mir wirklich keine Angst! Ja, du darfst nicht sterben! Wirklich! Wenn der stirbt, Leute! Dann weine ich! Aber man hat gesehen! Auch gegen den Jurassic Park! Äh, äh, äh! Viech! Wo ist dein Etwas? Ja, hier ist Cara! Äh! Ist noch stark genug, ne? Also ist nicht zu OP! Muss man wirklich sagen! Cara geht's aber gar nicht gut! Es ist nur zur Hälfte! Leute! So Leute! Wir sind angekommen! Ja! Ihr fragt euch sicherlich! Was wollt ihr her? Also! Wir schicken die zwei Hübschen! Schicken wir jetzt nach Hause! Nein! Die drei Hübschen! Okay! Die drei Hübschen! Weil! Wir werden eventuell mit großer Wahrscheinlichkeit sterben! Nein! Ich bin mir nicht sicher! Keine Sorge! Wasserback! Du kommst auch nach Hause! Keine Sorge! Denn wir wollen! Die da drüben! Es sind ja neue Mutts raufgekommen wieder, ne? Vielleicht kennt ihr halt mal eine oder zwei oder keine Ahnung, ne? Also! Das sind sozusagen neue Tilakoleov Dinos, kann man sagen! Die heißen Amphikon! Ja! Oder Amphision! Irgendso! Gary! Die haben den Tod in den Augen! Amphikion! Gary! Du kümmerst dich um den kleinen Male! Und äh! Was greifen die an? Nein! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Nein! Bitte nicht töten! Gary! Sie sterben! Dann mit drauf gehen! Los! 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 Scheiß Misty! Bitte! Gary, ich kann mich nicht bewegen! Ich kann mich nicht bewegen! Es ist tot! Es ist tot! Gary! Komm her! Zurück! Home sweet home! Gary! Hilfe! Ich kann mich nicht! Nein! Ich bin doch auch nicht drin! Wie viele leben noch von denen? Die beiden! Okay! Komm her! Okay! Warte mal! Wir können sie doch fliegen! Ähm! Gary! Ich glaube wir müssen mit dem Speer drauf oder? Ansonsten sterben die oder? Ich glaube auch! Äh! Warte mal! Wie viel Energie hast du noch? 2000 noch was! Äh! Gary! Ich sterbe auf jeden Fall! Okay! Ich habe einmal bei dem drauf gehauen! Ja! Ich habe einmal drauf geschossen! Alter! Ich sehe nichts mehr! Okay! Warte! 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 Oh mein Gott! Die kriegt null Turpur! Null Turpur! Äh! Gary! Null Turpur! Äh! Null Turpur! Ja! 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 Hi Kleiner! Oh! Shit! Wie zählt man die? Gary! Komm her! Ich muss ganz kurz nach Hause! Deswegen! Komm her! Komm! Sonst sterbe ich! Sonst sterbe ich jetzt! Bitte! Hat er mich jetzt? Ich sterbe! Ich sterbe auf jeden Fall! Leute! Der will mich nicht mehr gehen lassen! Bitte! Schwimm nicht schneller als ich! Schwimm nicht schneller als ich! Ja! Oh mein Gott! Was für fette Bären! Wie zählt man die? Oh! Shit! Gary! Ich glaube der ist ein ganz klein Ticken schneller als ich eventuell! So! Du hast teleportiert nicht! Ich bin schon in der Bett! Ah! Sie hauen ab! Home Sweet Home! Ich komme! Ähm! Ja! Wir müssen gucken wie man die zählt! Amphikion! So Leute! Wir müssen jetzt zurück! Es gibt neue Informationen! Wir können die Eltern nicht zähmen! Aber dafür können wir ihre Kinder klauen! Oh! Gott! Okay! Da ist sogar eins! Komm mit! Oh! Eltern! Es tut uns so leid! Aber eure Kinder sind jetzt unsere Kinder! Ja ja! Ich tauche schon! Ich tauche schon! So! Äh! Aber die Kleinen! Die können doch äh! Dingsen! Abhauen! Alter! Wenn die mich jetzt da angreifen! Die Kleinkinder! Dann war es das für mich! Ich bin dann tot! Okay! Warte mal! Das ist jetzt ein... Eine Baby! Amphikion! Aber nur eins Gary! Nein! Scheint nur eins zu sein hier! Warte! Ist hier noch eins? Doch! Oder was ist das hier? Hier! Hier ist noch eins! Das ist meins! Hier! Du kannst das da drüben! Du! Das ist meins! Ich habe den Felsen entdeckt! Haha! Du kriegst das Mädchen! Ich krieg den Jungen! Äh! Gary! Wir können ja erst ab Level 85 zähmen! Nicht dein Ernst! Ja! Nicht dein Ernst! Äh! Gary! Der will mich töten! Der will mich ernsthaft töten! Der will mich ernsthaft töten! Warum? Der ist hinter dir her! Der ist genau so schnell wie wir! Will der uns töten oder was? Killerhase! Aus! Aus! Aus Mädchen! Wo ist sie? Der hat rote Augen! Der ist direkt vor dir! Warte! Hinter dir! Ich sehe sie nicht! Da! Aus! Deswegen sage ich ja Killer! Kriegst du das Tor vor? Warte! Steh! Sie haut ab! Wohin? Hinterher! Hinterher! Leute! Ein Killer Bunny! What the hell? Was ist das denn? Das hatte rote Augen gehabt! War da noch ein Killer Bunny? Keine Mantis! Ach ne... Oh Gott! Keine Mantis! Bitte nicht! Okay! Oh! Warte mal! Haben wir nicht auf C so einen Tritt gemacht, damit wir was betäuben können? Oh! Gary! Der hat mich vergiftet! Ich hab dich getroffen! Ähm... Ähm... Der will mich gerade angreifen? Kann das sein? Äh... Er ist ganz langsam! Er ist ganz langsam! Hier ist direkt neben mir! Ich hab ihn gehitet! Warte, ich guck, ob er Topo kriegt! Ja, er kriegt aber ganz, ganz... Okay, ne, ne, ne! Geht, 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 geht! Hinterher! 2500 hat er insgesamt was an Topo vollkriegen muss! Ja, dann let's go! Let's go! Ähm... Ich sehe nicht mehr! Warte, 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 warte! Oh, hi, Trike! Los hier! Hinter mir ist er! Neben mir! Vor mir! Irgendwo! Sie ist hinter mir! Sie umkreist dich gerade! Okay, warte! Okay, nicht getroffen! Hä? Ich mach die ganze... Ja! Volltreffer! Getroffen! Yes! Hä? Ich hab sie getroffen! Sie hat keine Zeit bekommen! Okay, nicht getroffen! Getroffen! Ich glaube, ich muss sie jetzt hier treffen! Genau! Er haut ab! Okay, dann ist er, glaube ich, gleich down, wa? Wo ist er hin? Weiß ich nicht! Wo ist er hin? Da! Hinterher, hinterher! Ich hab's getroffen! Holy shit, Leute! Fast getroffen! Fast getroffen! Komm, Gary! Hinterher! Ich hab's getroffen! Wieder! Yalla! Komm! Hinterher! Alter! Was für eine Verfolgungsjahr! Aber es geht nicht down! Oh shit! Ich hab... Wo ist es? An mir vorbeigehüpft! Hier hinter mir! Okay! Ich komm! Ich komm! Ich komm! Da war eine kleine Mutter! So, Leute! Auf geht's! Oh shit! Was ist das? Oh shit! Äh, Gary! Das wollte ich nicht! Äh, Gary! Das wollte ich nicht! Der will Ansprung nehmen! Okay! Ich beschütze! Ich beschütze! Hier ist noch einer! Okay, ich schnapp dir die Killerhasen! Leute! Jaja! Ich hoffe, euch genügen die Killerhasen! Ne? Das war halt ein übelster Fail! Gestorben! Der eine hier! Nein! Er ist tot! Der Hase ist nicht tot! Mit einem Treffer gestorben! Aber hier war noch einer! Ein Brauner! Ich will aber den Weißen! Der Brauner interessiert mich nicht! Wo ist der Weiße? Er ist down! Er ist down! Er ist down! Aber ich... Ich will den Weißen! Oh shit! Oh my god! Warte! Ich hab alles unter Kontrolle! Alles unter Kontrolle! Down mit dir! Scheiße! Cara, geht's dir gut? Okay, Cara geht's gut! Aber mir geht's nicht ganz gut! So! Ähm, wie hast du den Weißen getötet? Ich hab nur einmal drauf geboxt mit dem Sperr! Da war er tot! Mist, da hättest du auf die Energie achten müssen! Hier! Okay, ähm... Hier liegt einer! Aber es ist kein Killerhase! Es ist kein... Okay! Will ich nicht haben! Der heißt... So Leute, passt auf! Wir probieren jetzt kurz nochmal was aus! Denn... Passt auf! Seht ihr eine Anzeige? Okay, Gary! Die ist nicht komplett voll! War die eben gerade voll? Ja... Es sah voll aus! Ja, wenn... Schlag ich jetzt noch einmal drauf! Versuch's noch einmal! Hab ich! Geht nicht down! Nö! Die hat unendlich Tupo, Leute! It doesn't work! Okay, dann versuchen... Dann bleibt die einzige Hoffnung nur noch passiv! Passiv zähmen! Ja! Er hat die getötet! Dieses Misfier hat die getötet! Komm hierher! Na toll! Ein Megatherium hat ihn! So! Wo willst du hin, Kollege? Los! Wo willst du hin? Ach du Scheiße! Oh, Killerhase! Warum? Warum ging er nicht down? Vielleicht kann man den einen nicht zähmen und den anderen zähmen! Ich weiß es nicht! Ich... Ich... Ich verstehe es nicht! Der Megatherium ist fast down! Komm her, Kollege! Du wirst jetzt auf jeden Fall sterben! So, Bro! Komm her! Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Komm! Runter mit dir! So! Okay, Gary! Komm her, wo ein blauer Megatherium ist! So, Leute! Also! Es hat sich was gegeben, ne? Ihr habt ja gerade gesehen! Er hat Killerbunny gekillt! So! Das sind zwei T-Rexe! Pass bloß auf! So! Ähm! Leute! Auf jeden Fall! Den Bunny, den Gary hinten auf der Schulter drauf hat! Der! Ähm! Scheiß! Ostereier! Bunny Eggs! Okay! Da! Das ist wirklich ein kleiner Osterhase! Er sieht aber einen Ticken... Ja, doch! Sieht nicht allzu fies aus! So! Und zwar... Zehen wir den jetzt als Strafe, dass er unseren Bunny gekillt hat! Aber Problem ist... Oh! 1,5 geht eigentlich... Oh! Nein, nein, nein! Oh Gott! Ich wollte gerade sagen... Kannst du North wegbringen? Ich... Warum? Guck, die liegt bei mir wieder im Boden! Okay! North... Äh, bei mir liegt sie auch jetzt die ganze Zeit! Sie ist doch gar nicht aufgestanden! Doch ist sie! Achso, Leute! Äh, pass auf! Der T-Rex kommt! Der T-Rex kommt! Der T-Rex kommt! Er dreht wieder ab! Ja, warte! Ich... 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 Ich flieg! Nein! Gary, bring ihn weg! Er darf nicht zum Megaterium! Okay, North! Komm mit, Kleines! Komm mit! North! Okay, Leute! Wir können noch nicht auf North drauf! So! Jetzt! So musste die Gary die ganze Zeit reiten, ne? Äh, ihr seht das selbst hier, ne? Also... Es ist krass, ne? Es ist übelst krass! Die töten mich ja! Die töten dich? Zu zweit gehen sie auf mich los hier! Nice! Hau ab! Hau ab! Lauf! Gut ist, dass die so langsam sind! Äh, jetzt ist ein Problem! Ähm... Ja, es dauert kurz, bis er fertig ist! Okay, schaffst du das? Ich bringe North weg, okay? Ja! So, Leute! Unser Megaterium ist fertig! Endlich! Wir kommen bei uns! Wir kommen in der Familie! Du, äh, Bunny-Killer-Killer! Ja, passt ruhig! Ähm, gut ist jetzt aber... Was hat der für Fähigkeiten, ne? Ich weiß halt nicht, was er so kann! Ist es ein Eiswesen oder so? Das werden wir halt auf jeden Fall in der nächsten Folge herausfinden, ne? Und... Was unser wunderschöner Bunny kann... Da hat, was er hier natürlich so kann! Und, Leute! Wie kann man ein Killer-Bunny zählen? Schreibt's auf jeden Fall mal in den Kommentaren! Naja, auf jeden Fall war's das erstmal wieder von der weiteren Folge ARK! Wenn sie euch natürlich gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da! Also, bis zum nächsten Mal! Bye, bye! Bis zum nächsten Mal!